Helmut Lichtenegger Kunstblätter derzeitige Ausstellung in der Art Factory Graz Fantastischer Realismus von Helmut Lichtenegger Mitglied der Sezession Graz und seit 2018 Mitglied der Art Factory Graz Helmut Lichtenegger ist ein sehr vielseitiger Künstler Malt in sehr bunten Farben Ölbilder in höherer Qualität Detailgetreu Oft wirken die Bilder sehr überladen aber sie laden den Betrachter zum Verweilen ein weil man immer wieder etwas Neues auf seinen Bildern entdecken kann Seine Spezialität sind auch Heiligenbilder, Ikonen, Malerei Die Art Factory Graz fühlt sich sehr geehrt dass ein Künstler wie Helmut Lichtenegger hier seine Bilder zum wiederholten Male ausstellt hier ein Eintrag ins Gästebuch Skizzen von Helmut Lichtenegger und fantastischer Realismus und moderne abstrakte Bilder die trotzdem sehr gegenständlich erscheinen Da hat er einen eigenen Malstil entwickelt Helmut Lichtenegger noch bis Ende September treibt seine Ausstellung hier in der Art Factory Graz Auf der Homepage steht unsere Telefonnummer Besuch bitte nach Voranmeldung Wir freuen uns auf eure Besuche aufregeln